hallo leute und willkommen zurück wir sind hier in diese stürmische see gestochen und wollen uns jetzt hier ein bisschen umgucken was wir jetzt hier als nächstes haben es ist schon spät wir sollten zum weiter sehen bis morgen warten so viel dazu schlafen wir erstmal eine runde auf dieser ungemütlichen stelle hier ist ein kollege wenn you are lost never quit searching for the way home always move forward you only fail when you give up jp haben unser lädchen bekommen habe ich gerade gesehen glaube ich wo hier hinten können wir erstmal fisch holen oder tauchen je nachdem aber da sind fisch symbol ist genau denke ich dass wir angeln können den hat man glaube ich noch nicht oder so schwert fisch mäßig aus ist auch einer ja cool das ist der fisch den wir gerade hatten hab dich lieb und nächsten anderer und andere krabbel meine ich übrigens da hinten ist noch eine nehmen war nur müll aber müll ist auch in ordnung ok verboten eine felsklippe ich kann von hier aus sehen was sie für eine schöne zeit haben wenn sie mich nur ein lassen würden man hört halt voll die stimmen auch kann bestimmt irgendwo warte mal hier kann man doch bestimmt ich kann ja nicht aussteigen aus dem boot jetzt auch nicht ne das wird so ein piratennest sein oder aber ich kann ja nirgendwo anlegen wisst ihr normalerweise mache ich dann halt rechtsklick an den pieren oder irgendwie so und dann wird es halt so eingeblendet dass ich dass ich aussteigen kann ach so das kennen wir schon bühnchen haben wir schon gerettet leute da weiß ich gerade nicht was ich hier machen soll ich kann mir nur vorstellen dass wir das später im rahmen einer quest äh irgendwie dann betreten können dass ich hier weiß ich nicht so ein fels beiseite schiebt oder so ich würde sagen wir ziehen erstmal weiter nach oben zu hier zum beispiel ich weiß nicht ob hier irgendwas ist wir können es ja mal erkunden weil frei ist das meer in die richtung wir gehen mal gucken und wir merken uns die verbotene fels klippe für später mal oh schaut mal hier ist richtig ein ende ach krass denn das ende von mara erreicht okay interessant gemacht okay gut dann gehen wir rüber in die mappe in das andere wo wir hinwollen oha da miaust glatt meine mein handy wir sind jetzt ja einfach nur hier ich habe gedacht das ist schon benahmt worden die tour ja toll gucken ob hier irgendwo ein schönerer ansatz ist wo wir parken können oh da leuchtet was was ist denn hier gut ja machen wir einfach mal so hoffe ich komme dann noch ins boot rein ich bin ganz schön weit weg aber gucken wir uns mal hier oben hier was ist das eine muschel okay hier wir arbeiten uns ganz langsam nach oben indem ich hier mal so komisch den berg hoch gehe damit will ich aber bezwecken dass ich hier nichts an den kanten auch übersehe das ist doch so eine gefährliche musik hier gibt es doch nicht wirklich kämpfe oder sowas obwohl bei dahilan gab es auch einen kampf am ende ne okay was ist das ein komisches metallzeug wieder oder okay da oben leuchtet es rot da unten auch aber ich möchte es hier oben auch erkunden was ist das sind rot leuchtende kaninchen einfach nur ne die auch ganz schön groß sind immer noch eine muschel okay ich glaube jetzt haben wir so den den flame time hauptsächlich was hier passiert was können das riesige ding sein sieht halt aus wie das was im meer gelandet ist ne ähm ähm ist das leuchten ah das ist das was onso wollte okay wie heißt es denn jetzt noch mal wie ach so dieser toll ding okay und kurs erschöpft mhm wo habe ich denn da können wir ja eine runde hier ist gar nicht was besser ist beides ist gleich gut kann man eine runde hier mal schlafen und jetzt noch schnell was schnabulieren vielleicht noch ein apple hinterher gut so das geht es uns erstmal wieder gut da unten sind noch mehr leuchteblumen können wir auch angeln bestimmt auch so ein leuchtefisch oder so jih die dinge na den haben wir eigentlich schon aber ich mache es mal trotzdem okay na ich nehme mal alles mit was geht nicht dass wir hier dann nochmal zurück müssen oder sowas nur um noch eine pflanze zu suchen ich meine irgendwann werden wir bestimmt nochmal vielleicht hierher kommen müssen dann kann man aber auch nirgendwo reingehen in das ding oder so ne also das ist einfach nur hier hat so ein bisschen die hasis vergiftet mal hier kann ich hier irgendwie besser hoch hüpfen von der anderen seite könnte ich wahrscheinlich oder von den seiten dort hoch krabbeln aber habe ich ja jetzt auch nichts von ne außer dass ich von dort oben runter gucken könnte kann auch nicht sehen wo das gigantische ding hin zeigt kann ich hier hoch hüpfen oh das kann ich nicht runterfallen nicht runterfallen ich falle runter okay ist wahrscheinlich auch nicht dafür gedacht dass ich dort hoch ähm klettern wo auch immer das hin zeigen doch da oben steht jemand warte mal da gehen wir hin den können wir glaube ich erreichen indem wir hier hoch stiefeln diese insel hat großes potenzial wir können sie sehr leicht umgraben davon will ich nichts wissen okay ist der gleiche typ einfach mit seinem komischen dingens okay aber mehr hier ist hier erstmal nicht gut ich würde sagen dann verkrümeln wir uns wieder also dass wir nicht so ein paar leuchte hießchen mitnehmen können das wäre auch cool nachts auf der insel also auf unserer insel wenn die da rumspiechen würden jetzt muss ich erstmal unser boot wieder finden ich hoffe da kommen wir so einfach drauf ich hoffe da kommen wir so einfach drauf ich hoffe da kommen wir so einfach drauf und dann gehen wir nach unten weil dort ist ja der Schatz falls euch erinnert den wollen wir ja haben der war für unsere oder ist auf unserer Piratenkarte eingezeichnet der interessiert uns natürlich so schade dass hier nicht mal Kartons oder irgendwie sowas sind die man kaputt sammeln kann warte ich muss nochmal gucken wir müssen nach unten hier schneit hier ein bisschen ne aber na gut hier war ja auch grad eine Front von Gletschern oder so ok und wo genau finde ich jetzt hier den Schatz oder habe ich den schon gefunden ich erinnere mich dass das hier war mit dem oh hier ist unsere können wir dem gleich die Blume geben und dann die Quest erfüllt Fuschel und so ich habe schlechte Neuigkeiten ist es genau wie ich befürchtet habe es tut mir leid hier hast du die Blume sie sieht wirklich krank aus ja die Elites zerstören alles was sie berühren ok und sie wie läuft sie ich habe mir eine Sonnenbrille gekauft aber eine Möwe flog vorbei und sie hat sie mir gestohlen was wirklich ja sie ist mit ihr aufs Meer hinaus geflogen wer weiß wo sie jetzt wohl ist ich werde nach deiner Sonnenbrille suchen ok ok also liegt erstmal ein bisschen Kram rum ich glaube die hatten wir schon ne du CAN ist das der Pus oder ist das ein anderer Pus ich weiß es nicht ich weiß es nicht Pilz, den wir brauchen für die Pilzsuppe. Ich weiß es nicht. Nehmen sie einfach mit. Genau wie dich, Kind mit Pilzkopfhaarschnitt. So, Suppe. Dankeschön. Darf ich hier was vom Tisch mitnehmen? Nee, gut. Und dann nicht. Ist zwar ein bisschen unhöflich, während Leute essen, auf ihren Tisch zu springen und zu versuchen. Uh. Ist es einfach noch eine Karte? Mann. Okay, dann schauen wir mal. Ähm. Haben wir jetzt so viele Schatzkarten bekommen? A2, B3, C5, F4. Okay. Wo befinden wir uns denn gerade? In C5. Ja, wir haben ja vor, hier hinten hinzukommen. Das ist mal A2. Ist hier unten irgendwo, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wo die anderen waren. Hä? Wieso, wieso sollte ich bauen wollen? Warte mal, wo ist denn? Hier. A2, wartet mal, das muss ich mir mal... Ah, das war meine Schulter, die geknackt hat. Äh, notieren. Das ist ein bisschen. A2, B3, C5, F4. Gut. Das, falls wir dann da vorbeikommen, dass wir einmal gucken, von wegen Bodelei. So, jetzt wollte ich aber mal gucken, ob hier... War das jetzt der Schatz von dieser Insel? Da drüben waren Eier, die dort gelegen haben, aber ich weiß nicht, ob es mir das wert ist, dass ich jetzt Bock habe, so weit zu schwimmen. Da drüben ist noch dieser Mysteriösepilz. Und ein paar Eicheln. Hier war noch eine Muschel. Da drüben haben wir noch... ...leckererze. Oh, hier können wir auch schaufeln. Oh, erstmal was zu Futin mitnehmen. Und den Müll entsorgen. Ich habe keinen Gehörnenschlüssel. Oh, nein. Ich habe so fein den Müll hier weggeräumt. Wieso habe ich keinen goldenen Schlüssel? Alizio goldene Schlüssel? Ne, ne? Habe ich, glaube ich, bei ihm noch nicht gesehen gehabt. Der goldene Pirat vielleicht. Dass ich dem einen goldenen Schlüssel abkaufen kann. Ich muss den ja eh suchen, ne? Warte mal, was habe ich gesagt? A2, A2 ist zu weit entfernt aktuell. Können wir mal machen, wenn wir, ähm, zu Hause waren oder so. B3. Ebenso ganz schön weit entfernt. C5, da sind wir gerade. Ich glaube, das ist der, den wir gerade gefunden haben. Und F was? F4. F4 können wir auf unserer Reise hier machen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wenn wir einsteigen, ob wir zum Tempel müssen oder ob wir gleich nach oben können. Ah, hier kommen wir auf jeden Fall erst mal nie weiter. Mann, oh. Wir haben sehr wenig Energie, deswegen habe ich jetzt gerade nicht weitergemacht mit der Hämmerrei. Hämmertime. Ähm. Das hatte ich schon angequatscht, ne? Bin mir ziemlich sicher. Wir gehen uns aber trotzdem zur Sicherheit nochmal durch. Immer wenn wir keine Geschenke kriegen, hatten wir denjenigen schon angequasselt. Ja. Ich würde sagen, wir schlafen erst mal eine Runde auf dem Boot, bevor wir weiterziehen, oder? So, im Boot schlafen. Dann bis morgen. Oh, apropos bis morgen. Wir haben schon wieder 20 Minuten erreicht, liebe Leute. Ich schlage vor, bevor wir zu dieser Insel hier drüben aufbrechen, machen wir jetzt eine kleine Aufnahmepause. Und, achso, ich wollte noch gucken, wie unser Spritstand ist. Das machen wir in der nächsten Folge und dann gucken wir, ob wir gleich hier hochfahren oder erst danach oder wie wir den ganzen Kram dann machen. Schaut mal hier unten, die sind jetzt auch offen, die ganzen Dinger. Waren sie vielleicht erst schon und ich habe sie übersehen oder schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, wenn wir zu Dunna dann zurückfahren beziehungsweise zu diesem Eliten hier drüben, können wir die Dinger hier unten dann erkunden. Dann haben wir die ganze Map eigentlich freigelegt, wobei ich nicht weiß, ob die Dinger so nackig bleiben. Weil die haben ja überall eigentlich was einsortiert. Ah, vielleicht kommt noch was. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall den goldenen Schlüssel auch noch kriegen. Aber das machen wir, indem wir Lizio dann finden. Vielleicht bei der Puni-Höhle oder so. Dann wir schauen. Also, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss.